Achtung, für den Task Leave No Man Behind benötigt ihr einen Marker. Am besten startet ihr bei der Landing Zone Charlie 1. Von dort aus kämpft ihr euch in die Mitte des Dorfs vor. Circa beim weißen Gebäude findet ihr einen Garten mit sehr vielen alten Möbeln. Dort bei der Garage findet ihr den Körper den ihr markieren müsst. Kämpft euch dann wieder zurück zur Landing Zone Charlie. Viel Spaß in Grey Zone Warfare, euer Küni. Bis zum nächsten Mal.